Unser 30-jähriges Bestehen möchten wir zum Anlass nehmen und Danke sagen. Zuallererst danken wir unseren Gründervätern für die tolle Idee und das Konzept des Ausbauhauses von Allkauf. Hierdurch wurde die Basis gelegt, sodass der persönliche Traum vom Eigenheim für jedermann wahr werden kann. Danke, liebe Fachberater. Durch euer persönliches Engagement, oftmals bis tief in die Nacht, werden die Wünsche und Träume der Baufamilien aufgenommen. Eure Beratung und besonders euer Feingespür für den Gegenüber ermöglichen perfekte Lösungen auf jeden individuell zugeschnitten. Danke, liebe Architekten und Planer, für eure jederzeit aktuellen Hauskonzepte, die nicht nur raffiniert, sondern auch kostengünstig realisierbar und dabei auf die besonderen Bedürfnisse der jeweiligen Kunden abgestimmt sind. Danke, liebe Strategen der DFH. Ihr habt die kompletten Prozesse optimiert. Neue Techniken und Abläufe werden mit altbewährter Handwerkskunst kombiniert. So sind wir beispielhaft zuverlässig, innovativ und effizient. Und das zum Nutzen unserer Bauherren. Danke, liebe Ausstattungsberater. Mit eurem Sinn für Ästhetik, eurem Gespür für Formen, Farben und Material beratet ihr den Hausbaukunden persönlich und jederzeit sicher. Eure Zusammenstellung und Lieferung der Ausstattungspakete sind logistische Höchstleistungen. Danke, liebe Leipziger und Aktivisten der friedlichen Revolution. Durch eure Zivilcourage konnte 1989 der Mauerfall herbeigeführt werden. Nebenbei wurde uns so die Möglichkeit eröffnet, auch die neuen Bundesbürger mit Häusern zu versorgen. Selbstverständlich haben wir auch hier die Nähe unserer Kunden gesucht und so sind wir mittlerweile in über 40 Standorten bundesweit vertreten. Danke, liebe Kunden. Ihr habt diese Erfolgsgeschichte erst möglich gemacht. Über 15.000 Hausträume wurden wahr. Ihr habt euch für das bewährte Konzept des Ausbauhauses mit hohem ökologischem und technischem Standard entschieden. Ihr habt mit eurem persönlichen Einsatz teil am Erfolg von Allkauf. Vielen Dank. Allkauf. Das Haus zum Leben.